Die Therapie mit Hormonen, gerade auch die Hormonersatztherapie, macht Brustkrebs. Eine Aussage, mit der ich in der Praxis fast tagtäglich konfrontiert werde und ich darf dann dazu wissenschaftlich Stellung nehmen. Wo diese Aussage eigentlich herkommt, was da wissenschaftlich dran ist, wie die Studien aussehen und was ich dann meinen Patienten letztendlich sage in der Praxis, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Du wirst es sicherlich auch schon mal gehört haben. Brustkrebs und Hormone, irgendwie kommt das zusammen, irgendwie erhöhen diese Hormone das Brustkrebsrisiko. Woher kommt das eigentlich, dass du das irgendwo in deinem Hinterkopf auch schon mal gehört hast? Das liegt daran, dass es vor mehr als 20 Jahren, 2002, eine Studie gab, die sogenannte WHI-Studie, die tolle Absichten hatte. Sie hat nämlich untersucht, ob man mit einer Hormonersatztherapie die ganzen Begleiterscheinungen und Erkrankungen, die einen Hormonmangel so mit sich bringen, als da wären kardiovaskuläre Ereignisse, also Schlaganfall, Herzinfarkt, das Osteoporose-Risiko und das Risiko für den Diabetes mellitus und, und, und. Da wurden also viele Dinge untersucht, um zu schauen, wenn ich der Frau Hormone gebe, würden die Zahlen dann besser von diesen Erkrankungen oder eben nicht? Also grundsätzlich eine schöne Studie, auch eigentlich ein gutes Studiendesign. Es wurden viele, viele Frauen untersucht. Es gab ein paar Häkchen, zu denen wir gleich noch kommen. Und dann hat man sich das paar Jahre später angeschaut. Als Ergebnis wurde natürlich auch untersucht, macht denn auch eine Hormonersatztherapie vermehrt Brustkrebsfälle oder andere Krebsarten? Der Aufschrei, der dann durch die Presse ging, ein paar Jahre später, war immens groß. In jeder Schlagzeile überall stand geschrieben, Hormonersatztherapie macht Brustkrebs. Was war passiert? Es war passiert, dass man die Daten sich angeschaut hatte und auf 10.000 Frauen, ich blende euch die Tabelle mal an, gab es tatsächlich 40 Ereignisse, mehr als im Placeboarm. Um eine Studie zu verstehen, muss man erst mal verstehen, wie sowas aufgebaut ist. Man hat also viele, viele Frauen, gibt der einen Frau Hormone und der nächsten Frau gibt man eine Tablette mit einem Placebo, sodass die untereinander natürlich nicht wissen, ob sie einen Wirkstoff bekommen oder nicht und vergleicht dann zum Schluss eben diese Ereignisse. Bei dieser Studie war es noch ein bisschen differenzierter, denn die eine Frau hat eine kombinierte Hormonersatztherapie bekommen mit einem Östrogen und einem Gestagen. Die nächste Frau hat nur das Östrogen bekommen, bekommen ja die Frauen, die zum Beispiel keine Gebärmutter mehr haben. Und die anderen haben eben ein Placebo bekommen. Deswegen konnte man jetzt unterscheiden zwischen, okay, die Hormone kombiniert machen vielleicht ein erhöhtes Krebsrisiko, die Hormone alleine, das Östrogen alleine macht vielleicht ein erhöhtes Brustkrebsrisiko und andere Dinge oder eben Placebo. Und das wurde dann untersucht. Und ich nehme eins vorweg, viele, viele Jahre später, und das ist ein Novum in der wissenschaftlichen Medizin, kamen die Autoren um die Ecke und haben sich offiziell entschuldigt, dass die Daten, die sie erhoben haben, fehl- oder auch missinterpretiert werden konnten oder sie selbst auch missinterpretiert haben. Und dass der Nutzen, dem Risiko einer Hormonersatztherapie weit überwiegt bei einem speziellen Patientenklientel, also einem speziellen Klientel Frauen. Was war hier schon wieder los? Versuche ich mit dir mal aufzudröseln. Eins der größten Probleme war, dass das Durchschnittsalter dieser Frauen, die da beteiligt waren, 63 war. Wie du von diesem Kanal ja auch schon weißt, ist die Menopause, also der letzte Tag der Regelblutung quasi, schon über zehn Jahre meistens her. Das heißt, die Frauen sind auch schon weit weg von den Beschwerden. Die haben sich schon an den Hormonmangel adaptiert und haben auch keine Beschwerden mehr. Das ist also gar nicht das Klientel, was man mit einer Hormonersatztherapie bedient, die ja Beschwerdelinderung schaffen sollen. War aber auch so gewünscht, denn wenn ich einer Frau Hormone gebe, die Beschwerden hat, dann sind die Beschwerden weg. Und sie weiß ganz genau, ich habe sicherlich kein Placebo bekommen, sondern den Wirkstoff. Also wollte man diese Bias eben unterscheiden. Und die älteste Frau war sogar 78 Jahre, also sehr, sehr alt, wo natürlich auch das Basisrisiko für Krebserkrankungen zum Beispiel sehr, sehr viel höher ist. Und das war die erste Einschränkung, wo man gesagt hat, Leute, so können wir es nicht stehen lassen. Und deswegen haben die Autoren dann auch einen kleinen Rückzieher gemacht und haben die Studie nochmal ein bisschen durch den Rechner laufen lassen. Kommen wir aber gleich noch zu. Das nächste größere Problem war, dass die Studie suggerierte, auch in der Überschrift, dass es sich um gesunde postmenopausale Frauen handelte. Was man aber bei der Sichtung der Daten gesehen hat, dass über 70 Prozent ein BMI über 25 haben, also auch viele adipöse Frauen dabei waren. Und Adipositas ist per se statistisch erfasst ein hoher Risiko für Brustkrebs. Das ist einfach Fakt. Wir haben jetzt also schon zwei Klientel mit in diese Studie gepackt, die eigentlich schon ein erhöhtes Basisrisiko an Brustkrebserkrankungen haben. Das dritte größte Problem, was ich jetzt auch persönlich sehe, ist, dass da eine Hormonersatztherapie gewählt wurde, die alles andere als bioidentisch ist. Es wurde ein konjugiertes Equines-Östradiol-Präparat genommen. Das ist Stutenöstrogen, also 20 Stutenöstrogene gemischt als Tablette. Also hat nichts mit körpereigenen Hormonen zu tun. Und das Gestergen, also dieser Gelbkörperanteil, war Metroxyprogesteronacetat. Ein Gestergen, was heutzutage fast kaum noch stattfindet aufgrund des hohen Nebenwirkungsprofils. Jetzt haben wir also drei Faktoren, die diese Studie schon wieder ein bisschen anderes Licht rücken. Ausgenommen von dem dritten Punkt, der jetzt so ein bisschen meine persönliche Einschätzung ist, wurden die ersten zwei Punkte dann aber doch berücksichtigt und gesagt, okay, wir lassen das Ganze nochmal durch den Rechner fahren. Hier wurde jetzt also in die einzelnen Dekaden unterschieden. Man hat jetzt also Frauen genommen, die zwischen 50 und 59 waren, zwischen 60 und 69 und so weiter und so fort. Und bei den Frauen, bei denen es ja um die Hormonersatztherapie besonders geht, um das goldene Fenster, da wurde geguckt, macht das denn zwischen 50 und 59 tatsächlich auch erhöhte Brustkrebsrisiken? Man muss im Hinterkopf haben, hier wurde wieder MPA, also das Metroxyprogesteronacetat genommen und die konjugierten Äquiden Östradiole, also die Stutenöstrogene. Und siehe da, man sieht hier am Anfang gleich die koronaren Herzerkrankungen, die Schlaganfalle, die Thrombosen und auch der Brustkrebs ist noch leicht erhöht. Nicht mehr in den Maßen, wo es das letzte Mal war, also wo wir die ursprünglichen Daten haben, aber noch so leicht erhöht. Dann haben wir das Darmkrebsrisiko, alle Krebsarten generell, die erniedrigt sind, Frakturen, die erniedrigt sind. Das ist auch sehr spannend. Death from any course, also irgendeine Todesursache, was weniger geworden ist und der Diabetes, der weniger geworden ist. Und dann gehen wir gleich noch die Zeile darunter durch. Hier sehen wir, wenn wir Östrogen alleine geben, also Stutenöstrogene, dass auf einmal die koronaren Herzattacken runtergehen, dass der Schlaganfall runtergeht, die Thrombosegefahr bleibt erhöht. Denn wer hier schon aufgepasst hat, wenn man Östrogene schluckt und die Leberpassage mitnimmt, erhöht man einfach die Gerinnungsfaktoren. Weshalb heutzutage Östradiol, vor allem das körpereigene, nur noch über die Haut gegeben wird, dann bleibt dieser Lebereffekt aus. Also das muss man so ein bisschen in Klammern fassen. Brustkrebsrisiko wird gesenkt durch eine Stutenöstrogentherapie, auch das Kolorektale, also Darmkrebsrisiko und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch selber in der Tabelle anschauen. Hier haben wir jetzt also mit einer ziemlich dürftigen Hormonersatztherapie, vor allen Dingen im Östrogenmonoarm, auf einmal Risikominderung des Brustkrebses, was natürlich so nicht mehr durch die Presse gegangen ist und aber die kombinierte Therapie, da sehen wir immer noch erhöhte Fälle. Was macht jetzt wissenschaftlich unsere Leitlinie für peri- und postmenopausale Therapien daraus? Die sagt folgende Aussage, was das Risiko angeht. Durch eine Hormonersatztherapie kann es zu einer geringen oder keiner Erhöhung des Risikos für Brustkrebs kommen. Die Erhöhung ist abhängig von der Zusammensetzung und Dauer der Anwendung und reduziert sich wieder, wenn die Hormonersatztherapie abgesetzt wird. Was hier noch fehlt, das ist natürlich auch abhängig von dem Menschen, der das Ganze benutzt, einnimmt. Wir haben schon geredet über den Lifestyle Adipositas, ein Riesenfaktor für Brustkrebsrisikoerhöhung, genauso wie zum Beispiel Alkoholkonsum. Also muss man konstatieren, ja, das Brustkrebsrisiko durch eine kombinierte Therapie mit einem synthetischen Östrogen, einem synthetischen Gestagen könnte sich erhöhen, je nach Individuum, was vor einem sitzt und je nach Länge. Man weiß, dass sich dieses Risiko nach einer Therapie, die länger als fünf Jahre anhält, erhöhen kann. Diese drei bis fünf Jahre, die scheinen aber erstmal relativ sicher zu sein, je nach Individuum. Jetzt wird euch einigermaßen der Kopf rauchen, nehme ich an. Also es kommt darauf an, ob man eine kombinierte Therapie macht, eine Monotherapie mit nur den Östrogen. Es kommt auch darauf an, ob ich das Ganze kontinuierlich anwende bei der kombinierten Form, also kontinuierlich komplett durchnehme Östrogen und Gestagen zusammen oder ob ich das Ganze sequentiell mache, also nur Östrogen und in der zweiten Phase dann das Gestagen dazunehme. Hier ist ein bisschen geringeres Risiko. Um das Ganze zusammenzufassen, in Zahlen, das Risiko mit so einer kombinierten Hormonersatztherapie mit synthetischen Hormonen ist kleiner als ein Promille. Das muss man auch wissen. Ich habe ungefähr ein gleiches Risiko, wenn ich täglich ein Glas Wein trinke. Und wenn ich zwei Gläser Wein trinke, dann habe ich schon ein massiv erhöhtes Brustkrebsrisiko, genauso wie wenn ich Übergewicht habe. Das darf man immer in dieser Relation nicht vergessen. Nichtsdestotrotz gilt natürlich auch bei der Hormonersatztherapie, wir brauchen einen Grund. Also der Leidensdruck muss halt hoch sein, beziehungsweise es muss andere Risikofaktoren geben, die den Nutzen, dem Risiko, was wir jetzt auch besprochen haben, überwiegen. Wie sieht das Ganze jetzt aber mit den körpereigenen, also bioidentischen Hormonen einer Hormonersatztherapie aus, die ich ja hoch und runter propagiere und ja auch nur anwende in meiner Praxis? Hier gibt es noch wenig Studien zu, die es gibt und auch die medizinische logische Überlegung lässt schließen, dass das Risiko für Brustkrebs noch weiter gesenkt wird durch eine bioidentische Hormonersatztherapie, gerade wenn man nicht überdosiert und wenn man im therapeutischen und im Wohlfühlbereich der Patienten bleibt. Wie ist das jetzt eigentlich bei der vaginalen Östrioltherapie, also wirklich eine Low-Dose, super niedrig dosierten Therapie mit Estriol, also noch nicht mal dem Estradiol? Hier scheint es tatsächlich so zu sein, dass es keine Brustkrebsrisikoerhöhung macht und sogar bei einer ganz strengen Indikationsstellung, ganz individuell bei einer Brustkrebspatientin angewandt werden könnte. Das ist auch ein großes Schlagwort, was ist denn mit Brustkrebspatientin? Die dürfen keine Hormone zu sich nehmen extra. Ob das jetzt als Gel oder Oral ist, das ist eher Tabu, Ausnahme wie gesagt eben gerade die Estriol-Low-Dose-Therapie. In meinem Wechseljahreskurs spreche ich auch ganz ausführlich, wie Krebs eigentlich entsteht. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass Estradiol oder auch Progesteron den Krebs fördern könnten? Da geht es nämlich auch ganz explizit darum, was passiert eigentlich mit dem Estradiol-Molekül? Wie baut Frau das ab? Und hier gibt es eben verschiedene Wege, wie dieses Molekül zerspalten wird. Und da gibt es zwei Spaltprodukte, die krebsfördernd sind, die sehr potent sein können. Und es gibt den guten Weg quasi, wie Estradiol gut abgebaut wird und eben nicht zu einer Krebserhöhung führt. Und das Ganze kann man sogar im Urin testen, wie man selbst abbaut. Und man kann es sogar beeinflussen, weil die Enzyme dafür beeinflussbar sind, durch zum Beispiel Pflanzenextrakte oder auch Ernährung. Aber all das und viel mehr in dem Wechseljahreskurs, wo wir noch viel, viel tiefer in die Materie einsteigen. Was bedeutet das jetzt unterm Strich für dich und deine Gynäkologin, deinen Gynäkologen, wenn du sagst, ich möchte gerne Hormonersatztherapie machen? Wie sieht es mit dem Brustkrebsrisiko aus? Das Risiko ist geringgradig erhöht. Das können wir, glaube ich, festhalten. Ist sehr abhängig davon, wie du auch beisammen bist, ob du Vorerkrankungen hast, wie du dich ernährst, wie du dich bewegst. Hängt davon ab, welche Art Hormonersatztherapie du machst. Eine synthetische, konventionelle oder eben die bioidentische. Ob du kombiniert benutzt oder eben nur als Monoestradiolpräparat. Und wie lange du das Ganze anwendest. Über fünf Jahre hat man eben die Risikoerhöhung, die danach aber wieder abzufallen scheint, wenn man abgesetzt hat. Ich hoffe, ich konnte jetzt dieses unglaublich komplexe Thema, was ich stundenlang besprechen könnte und wo es noch viel mehr drüber zu erzählen gibt, einigermaßen grob zusammenfassen und habe dich jetzt ein bisschen aufgeschlaut. Du hilfst mir extrem, wenn du in die Kommentare schreibst, ob du weitere Videos dieses Formats wünschst. Und du kannst mir gerne ein Abo dalassen, denn dann merke ich, dass das gewollt ist und wir können noch mehr Videos zusammen abdrehen. Viel Spaß bis dahin und tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020